Die drei Fragezeichen. Drehbuch der Täuschung. Hi. Ihr seid die drei Detektive, richtig? Das ist korrekt. Und mit wem haben wir die Ehre? Sorry, mein Name ist Vincent. Vincent Barreford. Aha, okay. Du bist ja völlig durch den Wind. Vincent, wie können wir dir helfen? Ja, die Sache ist nicht ganz einfach zu erklären. Komm, komm, komm. Setzen wir uns auf die Veranda. Ja, das ist eine gute Idee. So, ähm, hier. Setz dich. Setz dich da hin. Erzähl mal. So, ja. Was genau ist denn passiert? Mein WG-Mitbewohner Jaden Cummings ist seit gestern verschwunden. Seit wann genau, weiß ich nicht. Jedenfalls war er schon nicht mehr da, als ich gestern früh aufgestanden bin. Keiner unserer Freunde weiß etwas. Aha, und seht ihr euch denn immer schon morgens? Ja, normalerweise frühstücken wir zusammen und fahren dann gemeinsam zum College. Wir studieren beide Wirtschaftswissenschaften am Santa Monica College. Aber gestern kam er zu keinem der Seminare, die wir besuchen. Ist so etwas früher schon einmal passiert? Niemals. Jaden würde nicht so einfach verschwinden, ohne mir Bescheid zu sagen. Wir kennen uns schon, seit wir Kinder waren und hatten nie Geheimnisse voreinander. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Am Donnerstagabend. Da haben wir einen Film geschaut. Gegen elf bin ich dann zu Bett gegangen. Verstehe. Wie sieht es mit Jadens Familie aus? Hast du sie schon informiert? Das war nicht möglich. Jaden hat nur noch seinen Vater und der ist gerade im Urlaub. Ich habe seine Handynummer nicht und Geschwister hat Jaden auch nicht. Ich konnte mich also an niemanden wenden. Hm, okay. Und deshalb bist du also zu uns gekommen? So ist es. Ich habe schon ein paar Mal von den Erfolgen der drei Fragezeichen gelesen. Euer phänomenaler Spürsinn hat mich stark beeindruckt. Sehr schmeichelhaft. Ja. Aber wenn mittlerweile schon über 24 Stunden seit dem Verschwinden deines Freundes vergangen sind, solltest du besser eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgeben. Ja, das sehe ich genauso. Nein, nein, das will er nicht. Das will er nicht? Wie kannst du das denn wissen, wenn Jaden verschwunden ist? Weil er mich schon zweimal angerufen hat. Was?